Ja, das Stadion wird wieder voll sein und es ist alles ausverkauft. Es ist selten gegen Bremen und das ist sehr gut für alle. Natürlich wollen wir weiter punkten, aber wir wissen, dass Bremen auch eine gute Mannschaft ist, trotz dieser drei Niederlagen nacheinander. Wir wissen, dass sie gegen uns 4-0 gewonnen haben im Hinspiel und wir kennen die Qualität von dieser Mannschaft. Sie haben mehrere Spieler, die können allein den Unterschied machen durch ihre Schnelligkeit oder durch ihre Klasse. Aber es ist egal, wenn wir spielen, wir wollen weiter nach vorne schauen und klar müssen wir eine sehr, sehr gute Leistung bringen, defensiv wie offensiv. Steht die Niederlage aus dem Hinspiel, dass 0 zu 4 noch eine Rolle ist? Ist das vielleicht sogar eine Motivationsspiel? Nein, nein. Es ist keine Motivation, keine Rolle, aber es ist Fakt. Deshalb fragen sie mich über Bremen. Aber es ist schon lange vorbei, sechs Monate. Zur personellen Situation, Torben Max fehlt gelb gesperrt. Wie schwer wird es ihn zu ersetzen? Ja, das gehört dazu. Vor allem in der Rückrunde. Du hast fast immer einen Spieler, der fehlt wegen der 5. gelben Karte. Und wir sind gewöhnt daran. Das ist so. Wir haben keine Verletzungen. Alle sind an Bord. Das ist so. Wir werden sehen. Die Mannschaft hat zuletzt vier Punkte geholt aus den letzten beiden Spielen gegen Dortmund. Sie haben ein gutes Spiel gemacht und entschieden, in Frankfurt gewonnen. Wie wichtig sind diese vier Punkte für den Kopf, auch im Hinblick auf die Europa-League-Plätze, die ja noch in Weitereite sind? Ja, aber wir machen weiter, Spiel für Spiel zu nehmen. Wir haben immer gesagt, diese Saison wird schwer. Das ist der Fall. Jedes Spiel ist sehr schwer, sehr eng. Wir wollen weiter, um jeden Punkt zu kämpfen, Spiel für Spiel zu nehmen. Und alle können feststellen, du verlierst zweimal nacheinander. Du bist in Gefahr. Du gewinnst zweimal nacheinander. Du bist Tabelle Nummer 7, 8. Es geht so schnell. Du hast kein Mittelmaß für mich in Deutschland mit dieser 18 Mannschaft. Nicht wie in der Meisterschaft, wo du 20 Mannschaften hast. Du hast ein Mittelmaß, weil du immer ein, zwei Mannschaften sind seit langem weg. Und hier, das ist immer spannend. Und jedes Spiel ist spannend. Und das wird der Fall. Samstag auch. Welche Eigenschaften, die Ihre Mannschaft in Frankfurt gezeigt hat, möchten Sie am Samstag gegen Bremen anpassen? Wir müssen immer bereit sein, zu laufen, zu kämpfen. Aber Fußball zu machen. Und Fußball meint, du musst intelligent spielen. Du musst gut nach vorne spielen. Beim Ballbesitz müssen wir besser sein. Und wenn wir verteidigen müssen, müssen wir das intelligent machen. Ein Wort zu Armin Younes, der jetzt ein drittes Bundesliga-Spiel gemacht hat, der letztes Mal ein Spiel von Anfang an überzeugt hat. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Er hat zwei Spiele gemacht. Ja, okay. Ja, ja, ja. Er trainiert mit der ersten Mannschaft seit eineinhalb Jahren. Er hat schon hier gute Fortschritte gemacht. Er hat ihm gezeigt, was er genau kann. Und peu a peu ist er mit der ersten Mannschaft gekommen. Und klar, mit 20 hat er logisch viel zu lernen, viel zu verbessern. Das braucht seine Zeit. Aber wir sind alle von ihm zufrieden. Aber wir müssen nicht übertreiben. Er hat nur zwei Spiele gemacht. Er hat okay gespielt. Aber nach zwei Spielen sind wir alle zufrieden. Aber mehr können wir nicht sagen. Das war's.